Ich bin jetzt bei 14,3 GB von Schwestern, wie viel das sind. Ja, nur 20 waren es glaube ich, 20 GB. Oh man, ich muss unbedingt die Telekom anrufen. Die sollen die Leitung hoch 7,50 GB. Ja. Dauert mir zu lange. TBS, hast du mitbekommen, was er gesagt hat, was du machen musst? Oder soll's? So, jetzt geht's los. Action. Ich ging mit meiner kleinen Kanone gegen eine 4er. Schau mal kurz durchschreiben. Na, mach doch. Bei ihm dauert die Registrierung zu lange. Hast du mal einen anderen Browser probiert? Probier mal einen anderen Browser. Also, die Firebox musst du eigentlich sauber machen. Ja, ich weiß nicht was er hat. Bei ihm steht jetzt, er hat sich angemeldet. Die Seite öffnet sich vom Spiel. Dann steht da, die Registrierung dauert zu lange. Ja. Die schießen auf mich. Die kleinen Pisser. Daneben, daneben. Ein kleines Arschloch. Soll ich dir sagen, wie das geht, Kollege? Die haben mich böse erwischt, wa? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob was vor mir noch war. Warum willst du alles schießen? So, ich setze jetzt noch einen drauf. Jetzt machen wir pure Action. Ich werde die jetzt ansteuern und werde die volles Funde rammen. Und dann werde ich probieren, rüber zu springen und die zu killen. Die sehen mich gar nicht, ja? Jetzt steuern sie wieder los. Ich dachte, du warst den Pen, nicht wahr? Ich dachte, du warst den Pen, nicht wahr? Ich dachte, du warst den Pen. Ich habe ihn gekillt. Oh, mach das schon los. Oh, shit. Mein Schiff scheint jernchen angeschlagen zu sein, ja. So, gepflegt. So, jetzt werden wir das gleiche machen, was die vorhin mit mir gemacht haben. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber ich glaube, ich bin zu langsam. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, ich soll das erste Mal die 20 Stück Wasser raus schaffen. Ja, habe ich ja gerade. Ich weiß nicht, wo die sind. Die sind bestimmt zur Insel zurück. Mal gucken, was der gleich schreibt. Ob jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, wer ist schön. Ach, hinter mir sind sie. Okay. So. Mal gleich was gucken hier. Läuft mein Stream noch richtig? Ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen Ärger mitgehabt. Jo, läuft. Perfekt. Sehr schön. So. Ja. Ja. Da haben sie ganz schöne Schlagseite da. Kann es sein, dass sie ganz schön Dinge mitgekriegt haben? Sieht fast so aus. Ja, du bist volle Breitseite-Neigeräusch. Ja. Aber volles Fund. Und dann habe ich ihnen Kompagnon noch kalt gemacht. Kleines Schiff ist schön wendig. Wenn man zu zweit ist, ist das richtig geil. Schlägst Steuerein, haust ein Anker in, dann machst du so eine geile Kehrtwende. So. Und jetzt habe ich eine richtig coole Position. Ich hoffe nur, dass sie mich nicht sehen. will ich noch mal rein bollern? Scharfschütze schießt auf mich gleich. Scharfschütze schießt auf mich gleich. Ich bin jetzt genau parallel zu denen. Scheiße. Jetzt kommen sie. Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Oh Mann. Hat der ein Glück, ey. Los. Zeig mir den Fass. Zeig mir das Fass. Der wollte mir den Fass unter das Schiff setzen. mit dem Sprengstoff. Und ich habe noch auf deine Tonne gerade geschossen. In der Hoffnung, dass ich es erwische. Ich sehe den Typ mit dem Fass im Moment nicht. Ich muss das Ding da ausmachen. Ja, das muss ich jetzt gerade alles alleine machen. Fahren und schießen muss ich alles alleine machen. So. Alles, komm. Komm. Komm, komm. Komm, komm seitlich. Komm, Alter. Komm, Panzer. Nein. Shit. Da habe ich schnell ran. Was? Ah, Mist. Danke, TBS, für dein Abo. Danke, danke. Sag mal Bescheid, wenn du druntergezogen hast. Wenn du die Mänen zum Zocken hast, können wir gerne zusammen zocken. Zum Mähren macht es mich noch mehr Bock. Der Sachse zieht ja noch mit seiner Bambusleitung. Mein schönes Schiff haben wir versenkt. Ich weine. Ist der Sound eigentlich okay? Das Sound ist gut soweit. Gut. Ja, ich habe ein bisschen lauter alles gemacht. Ja, jetzt hat er sich weg teleportiert. Aber scheinbar ist ihr Schiff auch abgeisaufen. Kann das sein? So. So, jetzt bin ich auf einer neuen Insel. Jetzt werden wir mal gucken, was wir hier schönes nach finden. Kugeln! Kanonenkugeln! Die sind wichtig. Ich habe hier auch noch ein paar Schatzkisten hier. Holzbretter! Bananen? Bananen haben wir hier in der Tasche. Okay. Bin gespannt. Du kannst ja hier irgendwie dann später auch oder jetzt sogar schon Haustiere einsammeln, um die zu verkaufen. Oder irgendwelche Viecher, damit die ihr Essen machen können. Und als Lieferant kannst du dann arbeiten. Oh, was ist eine Flaschenpost? Oh, eine Flaschenpost. Karte entdeckt. Sehr schön. Habe ich noch nie gehabt. Eine Flasche in Post. Sehr cool, sehr cool. Ich werde gleich... Als erstes werde ich jetzt erstmal die Lichter ausmachen. Die Lichter sind echt unnötig. Damit wissen sie bloß, wo ich bin. Und da ich alleine bin, müssen die gar nicht wissen, wo ich bin. Ich hoffe nicht so eine doofe Karte. So, jetzt wollen wir mal hier die Lichter ausmachen. Dann gehen wir hier ran. Achso. Fahrten Inventar leeren. Oh, und wie komme ich jetzt an die Kiste ran? An die Dingen? Okay. Jetzt habe ich irgendwas anderes gemacht. So, F. Hier ist nix. Ach, da komme ich so raus. Oh, sehr geil. Oh, eine glühende Karte. Cool. Nach Wissen der urheilenden Knochen. Captain Hook. Hand. Befindet sich Gerüchten zufolge auf Snake Island. Dirty Captain Blub und Dirty Mitchell Mentor Pirate. Oh, cool. Wow. Hammergeil. Das sieht aus wie eine Kopfgeldjagd. Ja, genau. Ist auch eine. So, gleich gucken. Snake Island. Die muss hier bestimmt leer in der Ecke sein. Oh, und wieso? Ach, jetzt macht der Licht echt wieder an. Ah, ich habe die an. Snake Island, wo bist du? Äh. Snake Island. Ach, da oben. Okay, wir müssen komplett in den Süden. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, ähm. Anker lichten. Ist das geil. Eine coole Karte. Ab in den Süden der Sonne hinterher. Gut umgetechtet. Textet. So, dann schauen wir doch mal. Wo führt uns die Flaschenpost hin? So, da müssen wir durch. Da müssen wir lang. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwo ein Schiffswrack. Das wäre zu schön. So. Sagst du, bist du gerade bei, ähm, bei Twitch Online? Bei mir? Oder YouTube? Kannst du mal was ausprobieren? Da steht, ähm, da ist unter dem Video ein Button, der nennt sich Loots. Ja. Kannst du mal kurz da raufklicken und mal, ähm, eingehen? Da müsstest du dann, müsste ein Fenster aufgehen und dort kannst du dann, ähm, ich glaube, du musst bloß deinen Twitch-Namen eingeben, glaube ich. Musst du mal gucken. Ich will mal gucken, ob der, äh, Alert, Alert dafür geht oder Alarm. So. Finde mich cool. Ich weiß gar nicht, wo der Alarm ist hier. Ach, Loots ist gar nicht in der Mitte, sehe ich gerade vom Bild. Sehr schön. Jetzt aber. Sauber. Bin ja gespannt. Würde ich gerne mal testen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alleine testen konnte. Habe ich gar nicht ausprobiert. Genau. Da drü- Ach so, dann musst du deine E-Mail wahrscheinlich, womit du angemeldet bist, bei Twitch eingeben. Und dann brauchst du nur deinen Namen eingeben. Reicht mal. Der merkt sich das nicht. Es geht bloß um die Werbung. Dass ich mich da nicht hinsetze und 20.000 Mal die E-Mail angeben will, wirst du? Will nur sehen, ob der Alarm geht. Mehr nicht. Passiert nix. Du gewinnst nur ne Waschmaschine. Da haben wir auch gerade ne neue. Mach ne, da hast du zwei. Umtausch ausgeschlossen. So, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, ne? Ja, da hinten ist die Insel. Da hinter. Hast du schon gemacht? Ach so, wenn ich mach da ne andere E-Mail, ist doch egal. Boah, ist das ein Unwetter hier gerade. Ich seh aber keine Schiffsracks. Ha. Und TWS, hat sie geklappt jetzt? Drück die Daumen. Ah, da hinten sind Vögel. Da gehen wir ins Nächstes hin. Okay, da haben wir ein Schiffswrack. Sehr schön. Weil wir machen zuerst Captain Hook. So, mal gucken, was passiert. Ja. Da kann ein paar Sekunden dauern. Ich hoffe, es funktioniert. Hast du gemacht, ne? Jo. Hast du mich doch zu doof dafür eingestellt. Gut, dann muss ich das doch mal nochmal testen. Jetzt, der Alarm scheint nicht zu klappen. Weißt du, das Coole, du kannst mit diesen Loots, kannst du im Endeffekt, ähm, ja, Werbung siehst du dann eingeblendet. Ich weiß nicht, ob du die jetzt siehst, ne Werbung. Und dann kannst, ähm, krieg ich dafür im Endeffekt ein paar Cent. Ich weiß gar nicht, was man da kriegt. Ich hab das einfach eingestellt. Weißt du? So, na gut, dann muss ich das nochmal abändern. Ich danke dir fürs Testen. So, mein Freund, wo bist du? Captain Hook, wo bist du? Bist du hier auf der Seite? Mal schauen. Okay, da sind welche. Das sind aber nicht die, die ich suche. Die sehen eher aus wie komische Piraten, so. Ach nee, ich hab ja nicht viel Schaden bekommen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Oh! Ich bin gerade erschrocken. Nur Klappern gehören? Guck, der hat da aus der Ecke gerissen. So, und hier hatte ich immer was gesehen. Oh nee, oder? Echt jetzt? Drei? Hier sind aber ne... Ey, der pariert die Drecksaufe. Ich bin weg. Tschüss, Leute. Nö, auf die hab ich keine Lust. What? Der schießt auf mich. Kann ja wohl nie wahr sein. Das ist ein kleiner Drecksaufe. Das ist schön. Ach, der hat jetzt auch Rübelsat? Das ist ein Seil. Bananen nehmen wir mal mit. Ja, ich glaube nicht, ne? Bisher konnten sie das nicht. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn die rüberkommen. Aha. Oh, mit Haken. Dab. Okay, Höhle. Bestimmt in der Höhle. Kanonen. Huki, Huki, Huki. Wo bist du, Huki, Huki? Hat den einfach schon irgendein getötet? Hm. 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 TBS hat sie geklappt? Fällt mir hier was ein. Hier war glaube ich mal ne Truhe. Wo ich hier war. Wär jetzt schön, wenn jetzt nochmal hier ist. Was hört sich nicht danach an? Ne. Also doch immer verschiedene Pussys. Soll er hier sein, oder? Da findet er den Snake ein. Okay. Schauen wir mal nach. Achso, hier geht's hoch. Hier ist die... Andere Höhle, oder was? Okay, hier geht's wieder in die Höhle rein, wo ich war. Okay, wo geht's hier hin? Da geht's da hin. Okay, dann gehen wir mal da seitlich hoch. So. Hey, Hulk, wo bist du? Hier soll Hulk sein, ja? Hm. 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 Also, ich seh keinen Hulk. Musik? Der doch da drüben. Sieht das also zu Snake Island dazu? Achso. Wahrscheinlich, oder? Hm. 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 Wo ist der Hulk? Hucki, Hucki, Hucki. Wo bist du? Finde ich ja doof, dass mein Alarm nicht... Alert nicht geht da. Mein Alarm. Hm. 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 Das ist mein Schiff wieder. Hm. Der muss doch hier irgendwo sein, sag mal. Der kann sich doch nicht verstecken. Der ist doch auffällig, wie sonst was. Komm her, Leute. Oh, der hat eine Pistole. Der auch. Na gut, wenn er so wollt. Du willst auf mich schießen, Alter. Kann ja wohl nicht sein. Der hat mich getötet. Moment, der hat die Waffe nicht weggesteckt. Fähre der Verdammten. Ich finde diese Fähre so geil. Na, ich glaube, TBS hat es geschafft. Der meldet sich nicht mehr. Bestimmt ist er gleich am Suchten. Geht nicht, sagt er gerade. Komisch. Dauert zu lange. Hast du mal im Forum geguckt, ob es da gerade ein Problem gibt? Wenn nicht, müssen wir aber gleich gucken. Vielleicht will man noch eine andere Lösung. Ist ja doof. So, jetzt nehme ich nur eine Wumme. Ist mir zu doof jetzt. Wo muss doch hier dieser Käpt'n sein? Wieso halten die denn bitte zwei Schüsse aus? Kann mir das mal einer sagen? Ich will hier durch. Erkennt mich nicht. Erkennt mich nicht. Wo ist? Die Penner haben mich erwischt? Hey, sind die schwer, die Viecher. Ich glaube, wir sollen uns zu zweit sein. Mindestens. Ah, ich habe keine Muni mehr. Na gut, dann gehen wir in den Angriff. Zack. Stopp. Bin ich gut. Oh, super. Kommen die Nächsten. Mach Hater. Krass. Die App. Er sagt immer, die Anmeldung der Registrierung dauert zu lange. Hast du einen Adblocker an, dass der den blockt? Vielleicht sogar? Kann auch sein. Verstehe ich gar nicht. Kann mir nur vorstellen, wie gesagt, dass der den Adblocker irgendwie blockiert. Und du, Leo, hast dich heute Mittag so angemeldet, ja? Oder heute früh? Mit der, mit dem App. Ja, mit der App. Komisch. Jetzt nehmen wir also die Webseite, das heißt, ich lebe noch über den Store und die Insider-App. Das ist ja kacke. Ich glaube so langsam, dass die auf der größeren Insel hier ist. Okay, hier ist nichts. Wo ist der? Da oben ist was ein Logo. Schlangen irgendwie. Hater, wieso halten den den so viel aus? Okay, glatter Headshot, habt ihr gesehen? Der auch. Schauen wir nochmal nach. Ich fange mal von oben nach unten an. Okay, jetzt bin ich ganz oben. Der Altar irgendwas zu bedeuten? Mal gucken. Nö. Ah, hier geht's da rüber. Guck mal. Da drüben ist die andere Insel. Stehe ich nicht. Okay. Hey, Hucki, du feige Sau, wo bist du? Ich glaube nie, wie du leidest, kommt du nicht raus. Zur Folge auf Snake Island. Enttilt Geheimnisse lang unausgesprochen. Sind denn vielleicht was drauf? Nee. Nee, hinten ist nichts drauf gemalt. Die Suche nach Wissen im Ohr hat ein Knochen. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Knochen. Muss ich denn seine Knochen finden und die reaktivieren? Kann das vielleicht sein? Kanonkugeln. 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 Wahrscheinlich ist hier drunter seine Gruft. Kann das sein? Hier ist wieder die Mucke. Jetzt ist die Musik wieder weg. Hier fängt die Musik an. Ja. Hier ist die Höhle. Hier ist die Andere. Sehe ich schon. Gespenster. Muss ich hier vielleicht graben? Nee. Oder Unterwasser? Nee, eigentlich gibt es sowas nicht. Noch nicht. Hm. Sehr seltsam. Hier ist doch keiner. Oh, der hat die Jinnina getötet. Und ich bin zu spät. Muss später nochmal hinkommen, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Hier geht immer an. Das ist ja seltsam. Dann freue ich mich später nochmal nach. Ja, ja. Ich hoffe, ich habe nachher die Karte noch. Wenn ich mich auslocke und eine kurze Pause mache. Ja, na, weil es ja die Beta ist. Wird ja nicht alles gespeichert, wirst du? Ich werde jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Ich werde jetzt schon was schmackofatzen. Und dann bin ich nachher wieder da. Und dann machen wir eine Runde, wa, Leo? Mal sehen. Ja, mal sehen. Wie viel musst du noch ziehen? Ähm, Mikrofon, Schlau ist Beta, ist gerade fertig. Oh, super. Gucken wir mal, ob ich das kümmern kann. Ja, guck mal nach. Wie gesagt, ich gehe jetzt sowieso erstmal gleich schmackofatzen. Ähm, wo waren jetzt diese... Die Piepmätze am Himmel. Hm. Ja, mal kicken. Gucken wir mal, ob ich noch ein Schiffsrack finde zum Abschluss. Oh, das sieht demnach nicht so aus, Leute. Na gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal. Ich hoffe, ihr seid nachher wieder dabei. Ich denke mal so, gegen halb 8. Ja, halb 8.8. bin ich wieder da. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und somit sage ich, schön mit euch. Bis nachher dann, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.